Warte, er will noch kurz gucken, wie ich hier auf dem Zug drauf fahre. Fail to find compatible seasons. Hey, bin ich gerade auf den Gleisen? Äh, warte. Äh, ja, aber da komme ich nicht hin. Sondern hinter dir. Hinter dir. Seh dich gar nicht. Ich komme da von rechts vom Highway. Ah ja. Äh, scheiße. Okay, da, okay. Einfach umdrehen. Ja. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Wenn ich da oben drauf so stehe. So, da kommst du jetzt von der Richtung, in die ich gerade fahre, oder? Da ist aber ein Tunnel, ja. Okay. So, jetzt bin ich irgendwo in einer Welt, aber ich glaube, ich bin nicht bei euch. Nee. Da kommst du lang. Jetzt habe ich dir über die Kletter. Oder? Äh, ja. Ja, 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 ja. Ich komme da gleich, ich komme da gleich, ich komme da gleich. Ja, aber wenn ich das jetzt auch nicht, dann spahne ich in einer Welt. Pass auf, von der Seite aus kommt der Zug rechts. Ich weiß, ich weiß. Dann sollte ich in einer Welt spahnen, nicht? Nein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Noll. Probier mal mal, Mann. Fick, fick, fick. Alter, ich bin aufgefahren. Gott, ich habe ihn auch genommen. Fass, ey. Wo bist du aufgefahren? Auf den Stein hier. Pfff. Jo. Ciao, boy. Ja, er will bloß kurz gucken, wie ich da oben drauf stehe. Dann, dann kommen wir sofort. Ich will nicht schauce erschießen. Nein, wirklich. Ah, da kommt der, da kommt der. Das ist nichts spezielles. Lasst es, lasst es, Mann, lasst es. Lasst es. Guck mal, hier. Jawohl. Ich bin auch drauf. Ich bin aber nicht mehr drauf. Warum nicht? Versuch mal aufzugehen. Nein. Noll. Gegenseitig. Okay, wirtscheuen.